Und diese Eilmeldung hat uns soeben erreicht. Rund 820 Besucher der Diskothek Joy im Landkreis Segeberg müssen in Quarantäne. Bei mindestens einem Gast sei eine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante bestätigt worden, teilte die Kreisverwaltung soeben mit. Auch genesene und geimpfte Kontaktpersonen müssen für 14 Tage in Isolation. Jeder, der an Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag Joy war, gilt als enge Kontaktperson. Nach Einschätzung der Kreisverwaltung waren die 2G-Plus-Regeln beim Einlass korrekt kontrolliert worden.